Guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen an den Fernsehgeräten, Bildschirmgeräten, Handy, was auch immer. Äh, ja, willkommen zu The Way of Life. Ähm, ich hatte jetzt einfach mal Bock drauf, weil ich hab das Spiel bei Steam gesehen und es hat ziemlich gute Bewertungen bekommen und so weiter und dachte ich mir, ach, man guckt einfach mal, was das so ist. Das ist wohl, äh, irgendwie ein kleines Indie-Game. Es geht wohl um drei Personen und irgendwie um deren Weg im Leben, keine Ahnung. Also ich hab's nicht ganz verstanden, worum es jetzt gehen sollte, aber ich dachte mir, wir schmeißen das einfach mal rein. Und ja, es gibt wohl drei Personen, einmal einen, einen Geschäftsmann, das ist, glaub ich, der hier, dann gibt's einen alten Mann und dann gibt's noch ein Kind und die spielt man wohl irgendwie, aber man scheint, man fängt anscheinend erstmal mit dem hier an. So, dann klicken wir mal drauf. Oh, geht direkt los. Okay, alles, warum ist alles schwarz-weiß? Okay. Das macht dann ja jetzt schon depressiv. Okay, da sind ganz viele Menschen auf dem Weg ins Nichts. Aber ich kann auch nicht ins Nichts gehen, ich muss leider hier in dieser Welt verweilen. Kann ich hier runter? Yeah, ich bin frei! Niedermitte unter Jochung! Und tschüss! Wo fall ich hin? Hallo? Hallo! Okay, wir sind im Nichts. Ich glaub, das war vom Spiel nicht vorgesehen, dass ich einfach springe. Okay, okay, können wir nochmal von vorne anfangen? Ja, wir können mal von vorne anfangen. Okay, wir springen schon mal nicht da runter. Äh, so, was können wir nochmal? Können wir mit irgendwas interagieren? Hallo? Wo soll ich dann hin? Ich muss dann anscheinend an denen vorbei hier. Hallöchen, guten Tag, wie geht's Ihnen? Ey, schieb mich rein! Nicht in den Abgrund schieben! Aua! Aber ich kann hier noch nicht mal geradeaus. Ich muss hier durch, wo die Leute langgehen. Okay. Ja, das ist mein Weg jeden Morgen zur Arbeit. Ich muss hier in irgendwelchen dunklen Gestalten vorbei. Und die schubsen ein durch die Gegend. So, da vorne ist ein Einlass oder so. So, und nett, dass die Autos so lange nicht stehen bleiben für die ganzen Leute. Dass die noch nicht hier ausgerastet sind, ist ja ein Wunder. Ne, sag mal. Ich will hier durch. Ich will in diesen Pappkarton da rein. Ach, guck mal, geht's sogar von rein auf. Interessant. So, was haben wir hier? Das ist eine sehr schöne Innendekoration. Also, der Innendekoration, der gehört echt, äh... Ja, gefeuert ist vielleicht nicht das richtige Wort. Okay. Das versteht er. Hallo? Wo bin ich hier? Office. Ah, Büro. Okay. Wir wollen ins Büro. Okay. Und jetzt spielen wir einen alten Mann. Ehh. Ehh. Oh Gott, die Steuerung. Äh. Äh, ich bin alt. Ehh. Kaputte Gelenke. Ich muss über die Straße. Ehh. Hallo? Könnt ihr mal stehen bleiben? Verdammten Sonntags. Ehh. Wuh. Verdammten Rowdies. Okay, das soll jetzt anscheinend so... ...die Menschen in diesen Abschnitten widerspiegeln, oder was? Ehh. Ich will mich über die Straße. Und hier ist kein fettes Schulkind, was mich drüberführen kann. Ehh. 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 Oh Gott, wie ist das denn möglich? Mensch, ich muss doch ins Altenheim. Da gibt's doch wieder Pudding. Ehh. Ehh. Ja, danke. Danke. Schneller. Ehh. 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 Oh Gott. Wie soll ich denn über die Straße kommen? Einfach jetzt. Einfach scheiße auf den Zebrastreifen. Ehh. Schneller. Ehh. Ehh. Okay. Okay, das wird schon mal nix. Aber wir haben vielleicht was zu essen im Mülleime. Ich bin langsam hungrig. Ne, auch nicht. Ehh. Oh Gott, wo geht die Maus hin? Uh. Ehh. Ich hätte mir mal eine Brille aufsetzen sollen. Ehh. Lass mich rüber. Ehh. Mensch. Ich muss mir das Nummer ein Stück aufschreiben. Oh, der ist schon weg. Ehh. Ehh. Oh, und. Gas, 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 Gas. Ehh. Ehh. Willst du euch denn da rüberkommen? Die lassen mich ja nicht. Scheiß Arschlöcher. Die habe ich schon zehnmal überfahren. So. Jetzt, 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 jetzt. Ehh. What? Ehh. 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 Erstmal ausruhen. Huu. Laufen. 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 Ehh. Oh. Einfach gerade ausgedrückt halten. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Ehh. Lass mich durch. Oh. Ich kann durch die Autos durchlaufen. Interessant. Ich bin übermächtig. Ich bin ein super Rentner. Jetzt, warum lasst ihr mich nicht vorbei? Ihr Rowdies. Oh, ich hab's geschafft. Uh. Ich muss ihnen einfach nur in die Augen gucken. Hab sie zu Tode gestarrt. I'm feeling weak. I need to rest a little. Okay. Hallo. Ich komm. I need to rest. Oh, ich muss sie erst mal ausruhen. Okay. Ah, Parkbank. Mein bester Freund. Ehh. Kann ich jetzt hier rü- Und jetzt? Achso, okay. Jetzt hab ich mich ausgeruht. Alles klar. Na, alte Säcke. Was geht so ab hier? Das sind meine Saufkumpanen von vor zehn Jahren. Danke, danke, sehr freundlich. Dankeschön, dankeschön, dass ihr mich nicht wieder überfahrt. So, wo ist denn jetzt der leckere Pudding? Okay, das war's. Ah, gut. Wow. Farbe. Okay. Ich will den Zucker haben. Gib mir den Zucker. Gib mir den Zucker. Ja. Oh. Oh Gott. Ah, okay. Jetzt verstehe ich so ein bisschen, worum das geht. Ich soll einfach so die verschiedenen... Ich kann springen, ich kann tanzen, ich kann tolle Sachen machen. Ich will den Zucker haben. Äh, äh, Zucker. Ich hab irgendwie das Spiel grad... Ich bin aus dem Spiel rausgetappt. Okay, das wollen wir nicht nochmal machen. So, wie komm ich denn jetzt hier rüber? Äh. Ich will zu meinem Zucker. Äh. Äh. Und nochmal. Uh. Und nochmal. Uh. Oh Gott. Was war das? Uh. 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 Was? Nein! Ich bin einfach nur gesprungen und plötzlich fahre ich über der Lava oder was es ist. Jetzt lasst mich doch mal hier. Ich bin ein kleines Kind. Ich will meinen Zucker haben. So eine Scheiße. Ich muss doch irgendwie irgendwie meine ADHS-Tabletten hier verdienen, ja? Ich muss aufgedreht sein. Äh. 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 Ich schaff das nicht. Wo ist denn der alte Opa, wenn man ihn mal braucht? Oh, jetzt bin ich schon wieder rausgetappt. Was soll denn das? Äh. 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 Nehme ich mit hier. Okay. Ist aber nicht nett. Muss ich überhaupt springen? Ich springe die ganze Zeit. Äh. Ja, ich muss springen. Okay. Äh. 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 Kann nicht wahr sein. Ich will meinen Zucker haben. Ich will Süßes. Äh. 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 Alter, wie soll das denn gehen? Okay, beim Renten habe ich ja auch schon was aufgegeben, also. Vielleicht muss ich die wieder, äh, denen wieder nett in die Augen gucken, den Leuten hier. Oder ich muss das mal ein bisschen besser timen. Okay, da kommt jetzt gerade keiner. Hallo? Okay. Ah. Die haben mich, glaube ich, vorher immer runtergeschubst. So. Okay. Da fliegen wieder welche. Okay, jetzt sieht es gut aus. Oh, nein! Och, Mann! Ich will doch nur Zucker haben. Ich will jetzt Parallel. Dies, ich habe schon wieder. Nein! Jetzt bin ich wieder rausgetappt. So eine Scheiße. Ich hätte nicht im Fenstermodus spielen sollen. Äh. Äh. Wo sind die Sonntagsflieger? Wow, 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 wow. Ich bin 7 Jahre alt. Ich brauche Zucker. Oh, das war knapp. Oh, du Schwein! Oh. Okay, also ich muss irgendwie die Momente abpassen. Ich muss schnell sein. Ich muss alles so. Das hat 7-jähriges Kind hier, oder was? Was erwartet ihr von mir? Wow! Mann! Was ist das überhaupt? Wo ich ihn mal rein? Okay. Oh, ich kann sprinten! Ich kann sprinten! Ui! Ui! Nein! Spring, du Sau! Oh! Sprinten, 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 sprinten. Ich muss zu meinem Zucker! Ich muss zu... Das, äh, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich übrigens um gefühlte 2 Stunden. Äh, äh, äh! Ja. Komm schon. Komm schon, das packen wir. Das packen wir. Jetzt, ich hab's, ich hab's im Urin. Jetzt schaffen wir's! Ich will doch nur Zucker haben. Okay, wir gehen's wieder ordentlich an. Okay, so. Okay. Okay. Okay, Mann, Mann! Das muss doch zu schaffen sein. Äh, äh! So. Komm schon. Komm schon. Jetzt zeigen wir's den Lappen. Komm. Komm schon, Kitty. Tu es! Tu es, Alter! Nein! Okay, nochmal. Nochmal. Nein! Nein! Nochmal! Ich will mehr. Komm schon. Komm schon! Du blödes Kind! Hat dir deine Mama nix beigebracht hier, oder was? Komm schon. Komm schon! Mhhh! Okay. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um zwei Tage. Denn diese Kackdrachen hier, oder was? Das ist... Nein, nicht aufregen, die Tastatur war zu teuer. Die Tastatur war zu teuer. Äh, wir springen einfach weiter. Und tun so, als wenn ihr nichts werdet! Oh, du Scheiße! Hahaha! Äh, äh, äh! Äh, wenn ich meine Augen zu mache, sieht mich keiner. Dann bin ich unsichtbar für alle. Und ja. Ja! Ja! Komm schon! So weit waren wir noch nie! Komm! Nein, du Sau! Mhhh! Soweit waren wir noch nie! Ich konnte den Zuckerschutz schmecken! Ah! Komm schon! Mhhh! Mhhh! Muss ich da irgendwie nach... Muss ich ja links vor rechts beachten, oder was? Oder rechts vor links, oder was auch immer. Ich seh die doch gar nicht, wenn die kommen. Die werden erst so spät reingerendet. Wow! Das war Knäppkes. Ja. Problem ist auch, die können mich halt drunter schubsen, wenn ich hier draufstehe. Wow! Okay, okay, okay. Ich glaub, ich hab' einen guten Rhythmus gefunden. Rechts vor links beachten. Wow! Ja! Der Zucker! Der Zucker! Ich brauch' Zucker! Mhhh! Ihm, 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 Ihm! Uhhh! Scheiße, das war's jetzt. Okay. Alles klar. Also da steckt anscheinend ein tieferer Sinn dahinter, den ich noch nicht so ganz ergreifen kann. Also, ja, das soll halt eindeutig natürlich so die verschiedenen Blickwinkel auf diese Szene werfen. Einmal als Kind, einmal als Erwachsener, einmal als alter Mann. Ja. Deswegen, also ziemlich tiefgründig. Ja, genau. Schöne Musik, ja, hat eigentlich ganz Spaß gemacht. Das war ne wirklich kurze... Ich meine, das Spiel hat nix gekostet. Ja, also für umsonst. Zehn Minuten, äh, seichte Unterhaltung. Äh, ja. Auf jeden Fall, das war The Way of Life. Ich danke fürs Reinschauen und dann sehen wir uns in irgendeinem anderen Kackspiel wieder. Haut rein.